Ja, was soll ich sagen? Geiles Wetter. Einkauf mal hier in Berlin. Jetzt habe ich auf jeden Fall für den Rest des Monats alles zu Hause. Termin war richtig gut bei der Friedhorst. Ich habe da einen Beratungstermin gehabt bei Herr Weller. Das berufliche Reha vom Arbeitsamt aus, also vom Jobcenter. Und bin da schon mal gewesen vor zweieinhalb Jahren in der beruflichen Reha. Also das ist wie Friedhorst. Bin hier mal gespannt. Wann geht es los? Am 08.07. oder so? 08.07. Ja, glaube ich. 08.07. am Montag um 04.10. Gucken wir, was bis dahin passiert. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Ruhe. Gehe es besser in das Wetter. Garten, fertig, mache ich fertig. Und dann, ja, gucken, was sich bis dahin so ergibt. Bis denn. Die